Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von The Walking Dead, diesmal hinter jeder Ecke. Wir gehen wohl in die Kanalisation, das wird ein Spaß. Wir gehen mal rein und schauen uns das Ganze an. Ich habe dir genug von dir gehört, okay, Doug? Jetzt, was ist das Problem? Nein! Sie sind nicht mit uns kommen. Ich weiß nicht viel über Sie, Leute, aber ich kann Ihnen sagen, dass der Sonne kommen wird morgen. Wenn Sie immer weitergehen, dann wird das Mädchen nicht mehr machen. Was machen wir? Sie ist der Vater. Sie müssen das machen. Wir müssen uns helfen, ein Boot zu finden. Das ist unser Best bet, in der Sicherheit. Okay, aber wir sind in Savannah, und meine Eltern waren in Savannah. Okay, wir suchen sie. Ich war derjenige die Bandit, die Suppe. Was? Es ist all meine Fault. Wir haben einen Job! No way! Ah! Shit! Ich kann nicht wohnen, dass Sie sich in Savannah zu verkommen sind, Clementine. Ich habe Ihre Eltern hier, und Sie sind sicher, mich zu finden, ob die Elite Sie oder nicht wollen. Jetzt, was ich brauche... Ja, das war garantiert kein Elternteil von Clementine. Ich möchte sie immer noch rein haben. Dann kann mich zu haben. Hinter jeder Ecke, Episode 4. Oh, ach ja, das ist ja typisch. Ja, ja typisch. Wir müssen weiter, ganz klar. Ja, ja, wir dürfen nicht langsamer reden. Genau. Oh, shit. Das wird, siehste? Ja, ja. Das lockt sie jetzt alle an. Die Glocken sind schon laut genug. Oh, sorry. Sie bestimmt, das glaube ich. Ja, ich habe gesagt, die Glocke kommt, äh, die Glocke lockt alle an. Und jetzt würde ich, äh, laufen, die Beine in die Hand nehmen. Und ich noch länger starb. Ich kenne ihn. Oh, shit. Dämlicher Mistkerl. Oh, mein Gott. Oh, shit. 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 Okay, das fängt schon wieder an die Glocke. Oh, shit. 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 Gotta get him inside, clean him up. Kenny, how's that door coming? I'm working on it, I'm working on it! Well, work faster, would you? Won't be long before those things outside figure out where we went. You know they can smell blood. Let me see if I can find us a way in. Mum, 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 mum. Do you think the dead people saw us come back here? Are they going to find us? Because of course they were there. Oh Gott, nee. So, kann ich nochmal ein Hühnchen mit Ben ruppen? Super. Reiß ich mal ein bisschen zusammen hier. Okay, ich konnte ihnen ja gerade was sagen, aber... Ich will mal die Lage prüfen hier. So, was kann man noch machen? Ach, schau. Ach, guck. Ja, ja, das ist klar, wa? Ja, ja, das ist klar, wa? Was ist das? Looks like there's some kind of pet door here. I tried it already. That's locked too. Who the hell ever heard of a locked doggy door? I have. My neighborhood went just like that. It's radio-controlled. The dog wears a collar with a chip in it, so the door only opens when the dog gets close to it. Well, shit. Every day is a school day. All right, so... Where's the dog? Äh, okay, ich glaube, ich weiß, wo der Hund ist. Oh, schau mal. Ich kann das nähen. The shovel is never not useful. Okay, ich hab ne Ahnung. Ich darf jetzt... Wir dürfen jetzt... ...ein Hundi ausprobieren. Bitte lass ihn nicht so komisch aussehen oder so. Oh, mein Gott, nein. Armer Doggo. Oh, no. Bleib weg. Clement Pan ist sich gekränkt. Ja, sie wird noch mehr gekränkt sein, wenn sie den halb verrotteten und sieht. Ja. Oh, armer Doggo. Oh. Oh. Du musst die Schnalle lösen. Okay, that is not cool. Are you okay? I'm fine, honey. It's just the smell. Are you sure you're... I said I'm fine, okay? Oh, sag nicht die Schawanga. Oh. Rest in peace, Doggo. Können wir ihn wenigstens nochmal wieder bebrüllen? Doch. Ja, aber du kannst ihn wieder begraben. Armer Hund. Stinks. Mann. No, man... Armes Wauzi, Wauzi. Was ist das hier? Gar nichts. Not thirsty enough to drink that yet. Mm. So. Here goes nothing. Yes! God damn! You see anything in there? No. Looks like it's been empty a while. Okay, wir sollten uns beeilen. Die Kleine muss rein. It's no good. I can't get it. Here. Let me try. I think I can... Clim, what do you see in there? Ta-da! Good job, Clim. Yeah, way to go. I did good, right? Yes, you did. You did good. Can we maybe have this conversation inside? My leg starts to hurt like hell. Ich lobe sie jetzt einfach mal. Auch wenn sie da nicht einfach so reinrennen sollte. Looks okay from here. Everybody in. What do you think? Oh, God. Okay. Oh. Oh, da war der Doggo. Noch mit Fell und nicht verwest. Who gives a shit about the damn radio? I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell and bringing the dead down on top of us. It's like they didn't want us to make it to the river. What makes you think it's not the same person? Whoever was on the radio was close enough to see us in the street and we didn't see anyone else other than the guy in the bell tower. Because that doesn't make a lick of damn sense. Why would they bring out the dead like that and then try to warn us about it? How much sense does anything make anymore? In case you haven't noticed, there's a lot of twisted folks out there these days. At least the dead don't play games with you. Whoever it was, seems like they're following us. And I don't like being followed. All the more reason to get on a damn boat, where we can't be followed. I'm not going back out there anytime soon. Omid needs to rest. Okay, äh, wir müssen Shaq suchen. Wir ruhen uns etwas auf Schiessen. We could all use a little time to rest up and gather our thoughts, Kenny. At least until those walkers outside wander off and Omid's feeling better. He best feel better quick. I ain't gonna wait around here too long. Place seems secure at least. I'll feel better when we know that for sure. We need to check the whole house. All right, fine. You and me will take the upstairs. Lee, you've got down here. Make sure you check every door, understand? Okay. Yep. Okay. So, then we'll see. What's here? What's in here? Let's see. Let's see. What's here? What's here? Ja? Haben die ihn vielleicht selber? Ja, selber umgelegt. Damit die... Neva, der Hund... ...und so viel zum Wies... ...dass sie ihm das lieber nicht... ...antun und ihm dann lieber... ...den Schuss gegeben haben oder so? Ja, ja, ich gucke hier was noch. Kann ich hier nicht... ...ah, alles klar. Gehen wir mal nach oben. Ne, ich will auch nach oben. Hm. Mom. Hm. Jesus! What? What happened? Gar nichts. Ach ne, 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 ne. Da wollen wir nicht raus. Ich geh mal hier rein. Ah, guck mal eine an. Da sind noch zwei Türen. ... ... ... ... ... Okay, aber warum ist das Klo voller Blut und so? Ja, für jetzt. Aber ich bin wirklich Angst, dass sein Klo voller Blut getrennt. Ich weiß nicht, dass du irgendwelche Meds geöffnet hast? Nein, nur dogfood. Und da ist ein Whisky in der drüben. Ich habe nur gefragt, Clementine, ob sie weiß, wer der Mann auf der Radio ist. Es ist okay, honey. Du kannst uns erzählen. Wer ist er? Was er will? Nein, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Es ist nur ein Freund. Ich glaube, er will uns nicht helfen. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass ich meine Eltern gefunden habe und dass sie in Savannah waren. Er ist wirklich nett. Ich glaube, er will mir helfen. Nein. Lee? Lee? You need to get up here now. What's wrong? No, sagt nicht. Okay. Na, wo der? Bissen. Kenny said he thought he heard something up there, went to go look. He's up there? I can't get him to come down. Stay here. Die Familie? Nee, wird's Frank. Oh, komm, spiel! Nee. Ach komm, spiel. Oh, Gott. Okay, ich mach's. Nein, aber okay. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh, zeig doch nicht noch drauf. Oh, shit. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Reinschmeißen neben Doggo? Oder, naja, gut. Ich mein, den Hund hast du bestimmt sowieso so ziemlich geliebt. Kinder und Tiere sind ja immer... Komm, ich leg dich zu deinem besten Freund. Ich bin hier. Ich bin hier. Achso, nee. Mach's gut, ihr beiden. Wie, wie, wie mach ich das denn? Achso. Ich bin hier. Oh, klammata. Ich bin hier. 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 Oh Gott. Oh Gott, ist das der Papi? Hey! Hey! Who are you? What the hell do you want from us? Lee, what's going on? I saw someone standing there by the fence, watching us. A walker? No, too fast. Took off like a bat out of hell when I spotted him. Was it a man or a woman? Didn't get a good enough look. What does it matter? I'm wondering if it's the same guy who's been following us. The guy on the radio. Kenny? I'm fine. I just... I'm fine. What's all the ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate. What? Who? I can't be sure. They ran off before I could get a good look. I don't like this one bit. Not one bit. Me either. Walkers are one thing, but the thought of someone out there actually stalking us. All right, that's it. We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. I don't know if it's safe to leave just yet. Why the hell not? Walkers look to have cleared out. That's not all I'm worried about. So you'd rather just hunker down here and just let whoever's out there keep us boxed in, wait for them to starve us out? No thanks. I hate to say it, but Kenny's right. Omid's not in great shape to move, but we can't do anything for him here. Without meds or a doctor, he's only going to get worse. All right, all right. I'll head to the river with Kenny to scope out a boat while you get Omid ready to move. What about me? You'll stay here with the group. You'll only slow us down. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. Clem, honey, I think it'd be best if you stayed here with Ben. I need you to watch out for Omid and Christa. I think it's a bad thing. Why don't we stay close to you? I know it. It's just this once. Sometimes we all have to put aside what we want for the good of the group. Hey, don't worry. I'll be back before you know it, okay? Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything. So, you're just gonna leave me on the bench here? Yep. Yeah, pass auf Omid auf. I'm worried about Omid. He's in bad shape. I need you to stay here. Keep an eye on him. He's got Christa for that. If it comes down to it, I can't rely on Christa to do what has to be done. Not with Clementine in the same house. You understand what I'm saying? Yeah. You can count on me. Good. 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 Vielen Dank. Oh man, der Typ ist so kaputt. Aber wenn sie sich reinfressen ist auch nicht gut, denn jetzt glocken die Leute schon wieder. Oh man... Ja, die Griechene soll sich jetzt mal nicht umdrehen und zurückkommen oder so. Obwohl die Griechene in Odisse langsam. Oh mein Gott. Mann, der wird jetzt schon wieder. Screw you. I ain't giving up that easy. Oh mein Gott. Enhanced. Okay. Okay. We don't have to. See that telescope. You can see all the way along the waterfront from right here. Okay, keep out. Äh, nö. Äh. Was ist das denn? Stay out. Oha. Ih, der zappelt sogar noch. Ja, lecker, nö? Das ist ja ein riesiger... Oh, mein Gott, ja, aber schießen tue ich die jetzt hier nicht. Warum sollte ich? What the hell? Lecker Schmecker, du. Bin mir nicht sicher, ob es hier so sicher ist. Habe ich nicht. Hier da unten, die in eine... ...eine Münzelein, hallo. Haben Sie eine Münze? Äh, oh nein. Ich bitte sie. Muss ich doch einer schießen. Ich glaube, die hat nischt. Ah, Gucker. Was kann ich da machen? Vielleicht, wo es was zu holen gibt und nicht. Kennt man ja. Hier auch. Ja. Zwei lebende, ein toter, ein infizierter, ne? Keine Ahnung. Aber so ähnlich bestimmt. Wir sollten nicht so... Oh, guck mal, gibt es hier vielleicht eine Münze? Ich grab da einfach mal rein. Wie weit komme ich denn hier? Hier bestimmt nicht mehr, ne. Gut. Ah. Okay. Aber das Auto können wir nicht mehr bewegen, ne? Weil dann ist das Boot vielleicht doch noch zu retten. Trotzdem... ...brauche ich eine Münze. Wir jumpen mal schnell hier so rein. Kann ich da lang? Ja. Na, ist hier was um die Ecke? Ah, ne. Okay. Keine Münze? Ja, was soll ich machen? Oh, ne Münze. Ach, schau mal. Infected. Ja. Ja, 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 genau. Ich wollte nur gucken. Sag mal. Ach, warte, abgeschlossen. Dann brechen wir es auf. Ja. Mensch, darauf muss man erst mal kommen. Aber egal, so haben wir ein bisschen die... ...umgebung erkundet. Oh, nee, shit. Ja, ja, ich weiß. Was? Was? What's up with the boat? It ain't gonna work. Hulls cracked beneath the waterline. Was someone stripped out the battery? Mm. You can't fix it? What the? What the hell is that? A fate worse than death. Oh, wow. Oh, wow. Look at these. Oh, wow. Spiderman Spiderman Was ist das? Sp wär's Nee, ich fühle mich klar Ja, was auch sonst, warum widersprecht er überhaupt? Nein, ich hab doch gedrückt! Du bist jetzt tot? Kenny, wo bist du? Kenny! 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 No! Clem? Please, don't hurt him! You're not from Crawford. Ja, du kommst zu spät! Ja, scheiße, wahr? Ja? Who the hell are you people? Everyone just calm down! I'll calm down once she tells me who the fuck she is! Back off, asshole. The name's Molly. Molly? I'm Lee. This is Kenny and Clementine. We're not looking for any trouble. Hi. You guys really aren't from Crawford, are you? No, I'm from Macon. Kenny here is from Florida. She didn't ask for our life stories, Lee. What's the deal with this Crawford place? You sure you wanna know? Yeah. When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive, stop the dead getting in. I try to avoid them. Why? Why no children? Why no children? Why not? Why not? There might be a burden on the community. Crawfords all about the survival of the fittest. That's how they survived. While the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite when you think about it. What exactly did Crawford do with all these burdens? What happened to them? Well, you met some of them already. Fuck me. Yeah, anyone who got sick, anyone too old, anyone they figured wasn't strong enough to survive. To them, those people were just mouths to feed, a drain on their precious resources. How do you know all this? Everyone in Savannah knew, what was going on inside Crawford got passed around like a ghost story, except this one was true. Ah, du Scheiße. Okay, äh, wer die Gloppen beläutet? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed, raised the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it, buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival? They'll eat anything, alive or dead. That's pretty smart, the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast, get in and out before they start to wander back again. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? We're just trying to survive, same as you. And the only way we're gonna survive is by getting on a boat and getting the hell out of here. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars, too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God damn it! Fuck! Hey, moron. You wanna keep your voice down? Shit. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before... Shit. Great. Just great. Great. Isn't that the... The way we came. Fuck. Gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Mama, is there... Dr. Molly... Is there another way out of here? Don't know, don't care. So what the hell are we supposed to do? I refer you to my previous answer. But you have to help us. Please. Come on. Make it fast. Oh, fuck me. Come on. Come on. Hurry. Close, Kenny. Close, Lee. Close, Lee. Close, Lee. One good jump. No! Me! Lee! Hurry! Shit. Come on, Lee! Get your ass out of there! Er ist vor knapp. Ja, aber ich falle die nicht rein. Ja, okay. Gebe ich mich mit zu Frieden. Ah, dann schauen wir uns mal um. Hier auch. Ah, schau mal, hier können wir runterrutschen. Aber gibt es hier noch? Okay, gibt es nicht. Ja, dann runter mit dir. Was ist das? Oh. Eww, tote Ratten. Die sehen aber nicht mehr so gut aus. Öffnen, Durchgang. Ja, warte mal. Shit! Oh mein Gott! Ach, du Scheiße! Was soll ich denn jetzt machen? Oh mein Gott, die will da nicht hin. Mach das normal. Du hast doch hier irgendein Werkzeug. Nutze die Videospielmagie. Nee, ihr könnt doch irgendwie alles. Shit. Okay, wenn wir sterben... Nee, aber mit der da. Ach so, die ist da gar nicht. Ach so, die ist da gar nicht. Nee, nee, nee. Wir können hier lang irgendwie. Ach, das wäre dann der Weg gewesen. Hier kann ich den jetzt aufstemmen. Alles klar. Hoch. So. Keine Ahnung, was das macht, aber wir machen es. Gut, dass ich hier raus bin und nicht da bin. Hm, sieht gut aus. Shit. Keine Ahnung, ich nehme es einfach mal mit. Aber ich weiß gar nicht, wo ich raus soll. Ich habe so Angst. Okay, wir werden sterben. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich muss jetzt mal wieder... Ja, ja, ist okay. Das ist okay, ich muss ja erst gucken irgendwie. No problemos. So, okay. Hm, shit. Äh, hallo, Kollege? Ich werde das hier nochmal aufmachen. Dann werden wir das dann nochmal aufdrehen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas anderes zum Drehen, dass wir die alle so richtig wegspülen können. Oder ist es vielleicht, na, andere Richtung, was soll's, andere Richtung, dann kannst du ja nur zudrehen. Genau, alles klar. Ja, gut. Hätte ich auch wissen müssen, ne? So kann ich wieder zudrehen. Dann haut der da auch wieder ab. Genau, das war mir schon klar. Also, drehen wir jetzt auf. Nehmen das Ding mit. Und schauen weiter. Denn wenn da eine herkommt, kann ich ihn eigentlich ganz gut wegsnacken. Ich schau mal hier. Eigentlich. Hm. Ah, warte. Hier ist... Ja, ja, aber das geht nicht, weil er jetzt hier ist. Warte. Ich geh mal hier wieder rein. Mach das Ding wieder zu. Mach das andere auf. Und dann mach ich das Ding auf. Vielleicht geht das ja. Weil der ist ja jetzt da. Also ist das richtig, meine Denkweise? So, wenn ich das jetzt hier wieder zudrehe, ist der denn wieder weg? So, er geht weg. Aber was ist... Oh Gott, warum bin ich denn jetzt hier so auf das... Ach so, halt, stopp, nimm das Ding mit. Ich glaube, er ist nicht weg, ne? Ich glaube, er ist nicht weg. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, Mist. Ich weiß nicht, ob ich ein Rad noch brauche. Das Rad. Wegen dem anderen hier. Aber rein theoretisch könnte ich die noch einmal wegmütteln. Ich glaube, es ist sicher. Und wenn nicht, dann... Stehen da... Oh mein Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. Was ist wrong hier mit dem? Ah, die hier. Kann ich die nicht irgendwie von hinten? Oh mein Gott, Chuck. You must have tried to hide out down here. Poor bastard. Oh nein! Chuck! Oh shit, hätten wir vielleicht... Oder war das so oder so sein Schicksal? Oh nein, Chuck! Ja, ja, weil wir nicht geschossen haben. Oh, Chuck! Oh, Chuck! No dumping. Ja. Ach, schau. Der ist bestimmt von hier, oder? Nein! Ich lege da hin. Dann machen wir es so wie sie. Hoppa! Zeig, wie sportlich das ist. Ah, schau mal. Na ja, bleibt uns was anderes über? Nee, ich glaube nicht. Mach's gut, Chuck. War nett mit dir. Oh, Stuff. Pack mal ein bisschen was ein, oder so. Na, ist doch wurscht. Guck dir das an. Ja, nimm mit. Hier ist ein Eimer. Da kannst du noch ein bisschen was reinpacken. Und den Rest könnt ihr auch zusammen holen, oder so. Mann. Kann ich hier nichts mitnehmen? Nehm noch rein, gar nichts. Der Typ ist doch auch krank. Bestimmt irgendwo noch Medis. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee, okay. Pass auf, der kommt jetzt hier durch die Tür. Oder ist das ihr? Versch... Deck. Okay. Okay. Ja, ich bin hier. All right. It's okay. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave. Right now. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here. Are you from Crawford? They don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I'm not from around here. I'm from Athens. Grew up in Macon. I have a brother in Macon. You were there? How was it? As bad as here? I'm sorry. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here right under their feet? Dammit. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. I'm not from Crawford. But I saw what they did up there. You made me sick. I'm not like them. And I don't think you are either. I think you're a good man. Keep back or I swear I'll shoot. I told you he's lying. He is one of them. Kill him before he killed us. Okay, so muss ich die Waffe mitnehmen. Oh, weil die olle Tante nicht die Schnauze halten kann. Hmm, ich will keine Ahnung. Hmm, ich will keine Ahnung. It's okay. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave. Right now. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here. Are you from Crawford? They don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I'm not from around here. I'm from Athens. Grew up in Macon. I have a brother in Macon. You were there. How was it? As bad as here? I'm sorry. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here right under their feet? Dammit. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. Look. You don't want to do this. Let's talk, okay? What's to talk about? You won't even tell us who you are. My name is Lee. I'm a history professor. And I don't want to die today. And I don't think you want to kill me either. Don't. Don't come any closer. Or I'll shoot. Come on. Let's just talk about this. Vernon, what are you doing? Shoot him! Nobody needs to get shot. Just take it easy. It's alright. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Vernon! Relax. I'm not here to hurt you. You're really not from Crawford? No. I'm really not. Well, we are. Or were. We got out of there when they started sealing up the place. You know, started weeding out the sick and the old so their perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. You don't look that old. So, you're sick? Were sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? The morgue? Yeah. Irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? A few of us got boxed in by walkers up on the street. Came down here trying to get away. Now I just want to get out of here and get back to my own people. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. Those sewers are like a damn maze. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you. But we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care. And I'm the only doctor here. Oh. Besides, why should we help you? Well, because we can... Oh, I have to go back to the hospital. Fuck! I have to go back to the hospital. I don't care. I don't care. I don't care if I have to go back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? Yeah. She's probably already wondering where I am. Well, we can't have that, can't we? Aaron, what the hell are you doing? It's all right, Brie. I had a daughter too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. Meine Zie-Tochter, ja. Also, ich hab mich gelogen. Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go see about your daughter. Clementine? Clem? Clem? Oh, hey. You made it back. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? This is Vernon. He's a doctor. He helped me get back here after we got separated. I think you have something that belongs to me. Oh, good, dass wir den Arzt mitgeschleppt haben. Oh, gut, dass wir den Arzt mitgeschleppt haben. Oh, thank God. Could you take a look at him? You have to help us. Please. I'll see what I can do. Take me to him. Umid, honey, you're gonna be all right. Lee brought a doctor. All right, let's take a look at him. I work better without an audience. Why don't you go find your little girl? Okay. Man, ich will aber auch wissen, was mit dem ist. Storbt er jetzt? Genau, aber Clementine. Oh, jetzt können wir wenigstens nach oben gucken, cool. Clementine. Da ist sie bestimmt auch nicht drin. Aber gucken wir mal. Wie hat sie irgendwas gemalt? Clem, you in here? Clems drawings. But where is she? Hm, sie hat bestimmt gemalt, wie ich, äh, den Kleinen begraben habe. Und traurig war. Okay. Natürlich wäre es das nicht, ne? Oh, da war gerade noch was. Na, das ist doch schon mal. Gut. Clementine, wo bist du? Ich kann jetzt hier überall gucken. Ja, wenn ich nicht, äh, an der Tür hängen, äh, an der Wand hängen bleibe. Jetzt geh doch rein! Locked. Ja, ja, von da kam ich, ob sie. Clementine, you hear? Clem? Oh, ja, Entschuldigung, ich will auch noch gucken. Hallo? What are you doing? Oh, you know, just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. Where's Clementine? Don't ask me, I'm not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with them. Why don't you go bug them? Clementine! Na gut, wenn sie schon sagt, zuletzt sei ich, äh, sie da, dann brauche ich hier jetzt nicht jeden Dings durchsuchen. Außer ich gehe nochmal in den anderen Raum. Achso, von da komme ich, okay. Oh, schau mal. Ist sie vielleicht da oben? Ist sie vielleicht da oben? Nein. Gut. Warum nicht? Was ist das? Oh, er hat sich so gut gemacht. Na? Hallo? Gut. Ich glaub ja wohl. Wo ist Clementine? Damn Defino. Da ist irgendwo hier. Ben, wie hat Clementine gebrochen? Hey, nicht so auf mich. Omid genommen hat mich. Und Krista hat mich geholfen. Ich bin sorry, ich bin das best ich hier kann. Sie war frantisch und alles wurde ziemlich verrückt. Ich sagte Clementine zu bleiben. Was kann ich noch nicht tun? Ich bin sorry, einfach wo sie jetzt ist. Ich glaube, sie ging in der Rückkehr spielen. On her own? With no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. She better be or it's your ass. Clementine? Clementine! Oh, da sind bestimmt die Eltern dran. Oh Gott sei Dank nicht. Ein Boot. Ein Boot! Can I? Can I? Schau dir das an. Ja, mein Boot. Ja, ein Boot. Ein Boot! Ein Boot! Oh mein Gott. Christa, how are you holding up? I'm okay. Vernon did what he could for Omid, but he's got a real infection and he's running a hell of a fever. I'm worried if we don't get some real medicine in him soon. Well, you quit pacing. Hmm. You're making everyone nervous. Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? Well? You want the good news or the bad news? Hmm, the bad news. Let's get the bad news out of the way first. Bad news is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. So what's the good news? That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Other than that, she's good to go. Well, how are we supposed to get that stuff? We should go back out on the street, see what we could find. That's not gonna work. Crawford took everything and brought it inside their walls. They siphoned every gas tank, stripped every battery. There's nothing left out there, you saw that for yourselves. She's right. Well, what about this Crawford place? Sounds like they'd have everything we need. Maybe we should try there. Now hold on a minute. Surely we have to try? If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man, might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. That's putting it mildly. We negotiate with them like civilized people. We must have something they'd be interested in taking in trade. Negotiate? With Crawford? Well, so there are some ceilings that are looking for. What about the house? Well, I almost never know. And then they'll decide whether or not to let any of you live! So what? No one has any ideas? There might actually be a way. I know the sewer system that runs beneath Crawford like a back of my hand. And you know, let me know. I think I'm bad, I'm bad. You know, I think the life is so weird. I'm bad at the time. Ich glaube, dass ich uns durchführen kann, damit wir über den Perimeter gehen und in den Zentrum, wo sie ihre Behandlung halten können. Wir kommen direkt nach ihnen, nehmen sie mit Überraschung, holen sie was wir brauchen, und rauskommen, bevor sie sogar wissen, was sie haben. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist besser. Ich habe schon gedacht, aber ich habe noch nie die Leute zu tun. Aber ich denke, wenn wir alle zusammenarbeiten können, wir können es wegziehen. Und was wollen Sie in der Rückkehr für all diese Hilfe, Sie haben uns? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? We're going to Crawford? Anyone else have a problem with this plan? Because we're gonna need every one of us to pull this off. Man, I don't know. I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? I... We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. I don't know what it is. 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 Oh, you can even look at it. Oh, man. Yeah, but... It's the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? Aaaah, I think it would be safer for you to stay here with Omid. But what if something happens to him while you're gone? What do you mean? He's sick. If he doesn't get better and, you know... He might try to hurt me. Stump, stump. Okay. Oh, man, man, man. But what will happen to you? He's definitely not. Come with. You can come, but you have to promise to stay quiet and do exactly what you're told the whole time we're there. Okay. I'm gonna go get ready. Ich kann sie hier, glaube ich, auch nicht alleine lassen. Ich glaube nicht. Ich... Und sie kann vielleicht eine Hälfte an der Lüte sein. Hatchet, Hacksaw, ein paar andere Tools. Might come in handy on this little break-in. Nice. Can I talk to you a minute? Hmm. What's up? I took another look at the boat. She's a 30-footer. So? So we're gonna have a capacity problem. Boat that size ain't gonna hold more than five people. Even with one of them a kid. Me, you, Clem, Krista, Omid, Ben, Molly. Assuming everyone makes it back alive, that's still one too many. Even if we cut Molly loose. Before this is over, we're gonna have to make a decision. You're not serious. Look, I'm just saying, if we want the best chance of... Who the hell is this? This is Bree, she can help us. They are okay. We're gonna need all the help we can get. I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. Then what are we waiting for? Let's get moving. Hold up just a sec. You ready? Ready. Whoa, hold on a minute. You're not taking her with us. Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is? If you take her in there and they find her... I'm not leaving her alone in the house with only Omid to protect her? It's just not happening. For what it's worth? I don't think it's a great idea either. She's coming. Deal with it. You heard the man. Let's move out. Gut, ich weiß zwar nicht, ob das eine gute Idee ist, aber... Vielleicht kann sie ja durch kleine Dinge sich quetschen und wir kommen da nicht durch. Aber trotzdem ist es immer blöd, ein Kind mitzunehmen. Bei einem Einbruch sicher. Ja. This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Okay, people. This is it. Remember the plan. We stay quiet. We stay hidden. And we stay together. We find what we need. And we get the hell out before anyone even knows we're there. Got it? And that part about staying close. That goes double for you. Vielleicht hätte sie Omid ja doch geschafft, wie würde er sich verwandeln. Ich meine, wir haben schließlich mit ihr schießen geübt. Ne? Vielleicht hätte sie es doch irgendwie geschafft. Durch den Deckel gehen wir natürlich auch erst nächste Folge. Die Folge geht schon wieder anderthalb Stunden. Oh mein Gott, die werden immer länger. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, Gott. Mal schauen, wie es wird mit Clementine. Danke und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.